NDR 2 präsentiert Frise 1 an alle! Hier spricht Oma Rosi. So, was war's immer? Ja, Martin aus Beutzenburg fragt, Oma Rosi, wie hältst du das mit der Deutschen Einheit? Ja, Deutsche Einheit. Vor ein paar Jahren habe ich an dieser Stelle noch gesagt, was für ein geiles Land wir haben. Wie tolerant und lässig wir geworden sind. Und jetzt? Ja, was? Durch Deutschland laufen mittlerweile so viele Mauern, wie ich selber das niemals für möglich gehalten habe. Alt gegen Jung, Ost gegen West, Bio gegen Discount, Diesel gegen Ehe, Mann gegen Frau, Hack gegen Soja, Klimaschützer gegen Leuchner, besorgte Bürger gegen Flüchtlinge, Landwirt gegen Wolf, Wolf gegen Schaf, Peter gegen Jäger, Moslems gegen Juden, Arm gegen Reich, Puddingfestier gegen Russenbäsche, Autofahrer gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Fußgänger, Tradition gegen Fortschritt, Vermieter gegen Mieter und Mütter gegen Mütter. Ja, also kein Grund zum Feiern oder wie darf ich das verstehen? Naja, also dieses scheiß Internet treibt uns alle auseinander. Oma, unser Film ist ja extra in Internet. Achso, ja. Leute, wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Deutschland und die deutsche Einheit ist für mich wie ein gutes, buntes Straßentest. Da muss man auch nicht alle mögen und findet manche vielleicht auch voll bekloppt. Aber alle helfen und jeder bringt sich ein, so gut er kann. Alle haben wir dabei und am Ende sitzen wir an einem Tisch und schnacken und teilen uns mit dem anderen den Eiersalat. Äh, Moment mal. Du bringst doch selber nie was mit und räumst hinterher nicht mal mit auf. Ja, vom Prinzip her meine Güte, bitte, liebe Gott. Das kannst du da so nicht sagen. Nein, umgemerzt nur Spaß. Das kannst du da so nicht sagen.